Die zwei Welten an der Börse, der amerikanische Markt und der deutsche. Fangen wir mit dem Deutschen an, denn der ist wunderbar positiv. Nachdem es ja vor dem Wochenende schon schick wieder nach oben gegangen war, jetzt nach dem Wochenende geht es offensichtlich weiter. Wir sind wieder auf den Hochniveaus vom Freitag und sogar teilweise schon ein bisschen höher gegangen. Und wir sehen, dass die Bewegung nach oben sehr, sehr, sehr dynamisch hier vonstatten geht. Wir sehen das hier im 15-Minuten-Chart. Also gute Nachrichten für all diejenigen, die im Markt unterwegs sind, im deutschen Markt unterwegs sind und auf steigende Kurse hoffen. Damit sind wir weiter entfernt von der oberen Trendlinie, die wir ja schon durchstoßen haben. Und offensichtlich wollen die Marktteilnehmer sich nicht in der Nähe dort aufhalten. Sie sind nicht zögerlich. Das ist alles ein sehr, sehr gutes Zeichen. Die Bewegung ist immer noch schnell. Also erstmal alles gut. Ja, sieht doch so aus. Sollen wir da jetzt kaufen? Also ihr kennt mich. An der Stelle kaufe ich nicht gerne, ehrlich gesagt. Das ist zwar ein schönes Zeichen, aber der Preis gefällt mir nicht. Denn wenn ich jetzt wirklich reingehe, muss ich den Stop relativ weit wegsetzen. Denn ich muss ja damit rechnen, dass nach so einem starken Anstieg irgendwann mal so ein Rücksetzer kommt. Einfache Korrektur. Und wenn sie nur so ähnlich ist wie hier vorne beispielsweise, die kann jederzeit jetzt passieren. Die muss jetzt nicht sofort passieren, aber kann jederzeit. Wenn ich die überleben will, muss der Stop entsprechend weit weg. Also der aktuelle Preisstand, der gefällt mir da nicht so sehr als ein Einkaufspreis. Wenn, dann möchte ich schon gerne sehen, wenn der Wackelig hier mal runterkommt. Kann man schöner machen, als ich es gezeichnet habe. Aber irgendwie sowas hier in der Richtung, wenn das Wackelig so runterkommt. Dann würde ich sagen, hey, cool, immer noch die starke Seite aufwärts und die Abwärtsseite relativ schwach. Also insofern ist das eine gute Idee. Jetzt fühlt sich da mein Handy angesprochen. Ich darf nicht sagen, hey und das Wort cool, da findet er, wenn ich das schnell spreche, fühlt er sich, er oder sie sich angesprochen. Na gut, auf jeden Fall, die Aufwärtsseite gefällt mir gut. Aber das aktuelle Niveau, die aktuelle Situation finde ich nicht so toll für den Einstieg. Natürlich kann es durchaus direkt weiter steigen. Das Problem ist, ich muss den Stopp weit wegsetzen. Und das macht diesen Anstieg weniger effizient, als wenn ich auf den nächsten Rücksetzer warte, enger stoppen kann, größere Position und dementsprechend eine größere Effizienz mit dem Trade habe. Also kann sein, vom Preisniveau ist das aktuell in Ordnung, aber von der Umsetzung her nicht. Und wir wissen ja, als Händler liegt es uns nicht so nahe, dass wir die Zukunft vorhersehen können, aber dass wir die Gestaltung vorhernehmen, also nicht vorhersehen, aber vornehmen für uns. Dementsprechend ist das der wichtige Punkt aus meiner Sicht. Wie sieht es beim amerikanischen Markt aus? Gucken wir da mal ruhig auf den S&P 500 zuerst. Das ist ja als Marktbreiterindex durchaus mit Relevanz. Und wenn ich mir das angucke, so irgendwie habe ich den Eindruck, dass diese Bewegung, die wir hier aufwärts haben, noch nicht der richtige Burner ist. Im Gegenteil oder im Gegensatz zu der Abwärtsbewegung, die wir hier vorher hatten, hat man fast schon den Eindruck, lass uns bloß nicht die Zwischentiefs hier reißen nochmal. Das kann gefährlich werden. Welche Zwischentiefs meine ich? Naja, vielleicht jetzt hier diese Tiefmarke, das ist ungefähr 3.716 in etwa, die vom Freitagnachmittag hier. Die Tiefs, die wären dafür geeignet. Vielleicht auch schon hier vorne ein bisschen. Das ist ein bisschen aggressiv für die Shortseite. 3.757, das sind die Tiefs von heute Morgen 8.50 Uhr in etwa. Das sind alles gemessen auf dem Future. Solltet ihr das in eurem eigenen Chart gucken, solltet ihr nicht den Future selber handeln, also den in der CMI gehandelten Future, sondern solltet ihr irgendwelche anderen Kontrakte handeln, dann bitte die Anpassung machen, wenn euer Broker, eure Bank, eure Kontrakte abweichende Preise haben. Na gut, aber insofern die Aufwärtsseite, ich weiß es nicht, so richtig doll sieht das noch nicht aus. Ich habe also den Verdacht, dass wir sogar sowas bekommen können und die von mir genannten und gezeigten Marken hier, das sind diese Zwischentiefmarken, die wir hier haben, wie gesagt, heute Morgen gegen 9 herum, eventuell auch nochmal am Freitag kurz vor Handelsschluss und dann eben das Tieffreitagnachmittags im Börsenschluss Deutschland oder 19 Uhr hier, da sind mehrere Tiefs hier. Die wären schon eine Indikation für die Shortseite, insbesondere, wenn die Abwärtsseite bis dahin auch stark ist und gegebenenfalls von wackeligen Gegenbewegungen hier unterbrochen wird. Also ihr seht, ich habe da ein Auge noch auf der Shortseite. Gehst du denn jetzt schon Short? Wäre jetzt die nächste Frage. Nein, tue ich nicht. Ich brauche immer die Bestätigung. Ich will immer getriggert werden. Ich will sehen, dass die Markteile immer sagen, ja, finden wir eine gute Idee, machen wir mit. Es nützt nichts, wenn ich eine gute Idee habe, alle anderen finden die doof. Es kommt immer nur darauf an, wenn alle die gut finden, dann sage ich mir, gucke und ich bin auch mit dabei. Also insofern müssen wir das abwarten. Ich weiß, viele wünschen sich ja, ich würde lieber hören, kriege ich mehr. Ja, macht schon sein. Aber entscheidend ist ja nicht, ob ich mehr kriege, sondern ob ich überhaupt was kriege. Und da ist eine Bestätigung durchaus willkommen. Also im Moment geht es noch nach oben, aber begeistert bin ich nicht. Das seht ihr auch, dass wir hier Intraday eine Menge Rücksetzer haben, die alle irgendwie so überschneidend sind. Und ich halte für den S&P 500 die Aufwärtsbewegung für latent gefährlich, also aktuell nicht so gut. Das heißt nicht, dass wir auch, wenn wir jetzt vielleicht tatsächlich sowas, das ist jetzt ein Fantasiebild, das ist nur ein potenzielles Bild, dass es nicht anschließend noch so gehen kann. Das halte ich für durchaus machbar. Also dann hätten wir doch wieder vorne gleiche Länge wie hinten. Wir hätten am Ende sogar die Trendlinie dann endlich erreicht, aber eben nicht jetzt, sondern vielleicht erst zu Weihnachten oder zum Jahreswechsel. Je nachdem, wie steil das ist. Das ist ja nur eine Annahme. Aber eben erst in späterer Zeit und vorher nochmal die Abwärtsbewegung. So ein Muster könnte ich mir hervorragend vorstellen. Aber das ist Fantasie, das ist Prosa. Das kann ich nicht sagen, dass das jetzt hier genauso passiert. Der bitte sagt jetzt nicht, hat er so gezeichnet, sieht auch schon hübsch aus. So wird es jetzt kommen. Das ist nur ein Modell. Ich orientiere mich nicht an diesen Ideen, wie es kommen könnte hier, sondern an denen, wo triggert er, macht er dieses Verlaufsmuster oder macht er es eben nicht. Gehen wir mal rüber zum Nasdaq. Die Tag-Titel sind ja auch ganz schön unter Beschuss aktuell. Und wir sehen, Abwärtsseite ist hier auf Tagesebene noch im 4-Stunden-Chart. Ich muss allerdings sagen, dass dieses Gesamtbild, naja, was nach wie vor auffällig ist, dass die Aufwärtsseite so extrem doof ist. Sie ist halt nochmal korrektiv, damit nicht die Haupt-Trend-Richtung. Allerdings haben wir hier natürlich einen deutlichen Ausreißer. Jetzt sind wir hier überlappend. Und trotz alledem, ich würde mich nicht wundern, und das ist zumindest meine Orientierungshilfe, wenn wir neue Tiefs nochmal sehen, also die bisherigen Jahrestiefs nochmal unterschreiten, also 10.490 in etwa beim Future-Dezember-Kontrakt gesehen, dass wir die nochmal nach unten durchstoßen, halte ich für sehr realistisch. Und auch hier ist die Aufwärtsbewegung ebenso, wie wir es beim S&P eben gesprochen haben, eben maximal korrektiv. Das verleitet mich nicht für Käufe. Wenn ihr jetzt Intraday irgendwie was seht, dass der Kurs einen richtig schönen Schub hoch macht, wackelig in die 50-Prozent-Zone reinfällt, super, haben wir aber aktuell nicht. Also insofern, das ist wackelig hoch, wackelig runter. Das ist so ein typisches, ja, dann lehnen wir uns mal zurück und machen irgendwas anderes. Kleiner Tipp, nicht das Thema dieses Videos, wir sind ja hier bei dem Index-Update am Nachmittag sozusagen, aber schaut euch mal Gold an, vielleicht findet ihr da ja in Bälde etwas. Die Bewegung nach oben finde ich zumindest mal sehr auffällig, wenn jetzt eine Korrektur käme, ihr wisst sicherlich, was ich meine, wenn ihr auf den Chart blickt. Dow Jones zum Abschluss, ebenfalls sehr stark ja nach oben gekommen, auch hier aktuell die Aufwärtsseite ganz schön wackelig. Man kann sich allerdings über diesen vorderen Teil so ein bisschen, ist das dreiwellig, was sollen das hier sein? Ich sage mal so, wenn natürlich jetzt der Nasdaq und der S&P runterkommen, wird wahrscheinlich auch der Dow nicht nach oben gehen. Ebenfalls hier wären das eben mögliche Short-Trigger-Marken. Je höher, desto aggressiver. Aggressiver heißt mehr Gewinn, heißt allerdings auch weniger stark die Aussagekraft. Es kann ja durchaus sein, dass er einfach nur so ein bisschen runterkommt, deshalb achtet enorm drauf, ob das korrektiv oder ob das impulsiv ist. Auch hier würde ich es natürlich noch mehr bevorzugen, als hier so einen Bruch zu handeln. Wenn der Kurs sowas macht und anschließend sowas, dann kann ich diesen Bruch hier handeln, bin ich sogar noch höher dran und habe die Bestätigung, dass das die starke und das die schwache Seite war. Aber das ist etwas, auf das ich jetzt vorzüglich achten würde bei den Indizes. Also das ist etwas, was für mich jetzt zumindest, sagen wir mal, das klarere, das bessere Bild gibt. Auch hier gilt, lass den doch nochmal runterkommen, das ist ja kein Drama. Das wollte ich jetzt gar nicht zeichnen, sieht auch hübsch aus, aber das wollte ich zeichnen. Also dass wir jetzt hier irgendwie sowas haben, hier nochmal runter, da würde man jetzt nicht irgendwie sagen, oh Gott, oh Gott, was ist da schlimm, danach kann es ja weiter nach oben gehen. Es ist ja denkbar, bedeutet aber, dass wir voraussichtlich, zumindest wenn ich das hier richtig sehe, nicht die besten Chancen auf der Aufwärtsseite haben. Insbesondere, wie gesagt, wenn wir an diesen Tiefs getriggert werden oder wenn das Ganze eingeleitet wird durch irgendwie so ein Verlaufsmuster. Also insofern hat der DAX wahrscheinlich ein bisschen Gegenwind zu erwarten aus Amerika, scheint ihn aktuell aber nicht zu stören, denn wenn wir uns den DAX angucken, der hier ganz schön nach oben strebt, da sagt er sich, was ihr in Amerika macht, geht mich gar nichts an. Also die Marktteilnehmer scheinen hier ganz unterschiedlich unterwegs zu sein. Deshalb ist es sinnvoll, durchaus eigenständig hier die Analysen vorzunehmen für jeden einzelnen Markt und dann eben die Entscheidung zu treffen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen was rauslesen konntet aus diesen Informationen, dass ihr einen Plan habt, wie ihr jetzt ein Vorgehen für die nächsten Stunden oder Tage eben hier für euch vornehmen wollt. Drücke euch dafür die besten Daumen, hätte ich fast gesagt. Naja, ich habe nur zwei und die sind gleich gut, aber die drücke ich euch mit beiden Händen und wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao.